In diesem Video zeige ich dir, wie du alle gesetzlichen Feiertage in Deutschland in Excel korrekt berechnen kannst. Das Schöne hierbei ist, dass diese Berechnungen für die Jahre 1900 bis 2203 korrekt funktionieren. Das Einzige, was wir hier nun tun müssen, ist das Jahr zu ändern, um die entsprechenden Daten automatisch zu erhalten. Das funktioniert sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft. Findest du das Thema interessant? Dann schau dir das Video bis zum Ende an und abonniere diesen Kanal, um neue Videos nicht zu verpassen. Wir können grundsätzlich drei Typen von Terminen unterscheiden. Wir haben einmal die festen Feiertage, das heißt, diese fallen immer auf den gleichen Tag im Jahr. Das sind diese hier, die sind am einfachsten zu berechnen. Dann haben wir zwei Feiertage, die mit einer eigenen Formel berechnet werden. Das ist der Ostersonntag und der Buß- und Betag. Und dann haben wir noch die Feiertage, die abhängig vom Ostersonntag sind. Das heißt, wir müssen ermitteln, wo liegt der Ostersonntag. Und dann müssen wir eine bestimmte Anzahl an Tagen aufaddieren oder abziehen, um diese Termine dann zu ermitteln. Das sind insbesondere christliche Feiertage. Wir beginnen zunächst einmal mit den festen Termintypen. Diese sind einfach zu berechnen und dafür nutzen wir die Datumsfunktion. Wir müssen hier einmal das Jahr, den Monat und den Tag vorgeben. Das Ganze könnte ich hier händisch eingeben, 2022, dann eins für den Monat Januar und eins für den ersten Tag. Und schon wird mir aus diesen drei Zahlen ein Datum geformt. Da ich das Ganze ja dynamisch haben möchte, über dieses Feld, lösche ich das Datum hier raus und verweise auf die Zelle A3. Mit der Taste F4 fixiere ich das Ganze. Und schon wird mir das entsprechende Datum geformt. Und wenn ich das Jahr hier ändere, dann ändert sich auch das Datum. Und das Ganze müssen wir nun durchziehen für die anderen Tage. Ich habe das nun für die anderen Tage umgesetzt. Und wenn wir uns die Formeln dahinter einmal anschauen, dann können wir das hier nochmal erkennen. Beim Jahr habe ich immer den Verweis auf die Zelle A3. Und dann gebe ich hier einfach den Monat und den Tag händisch ein. Und schon kann ich mir das Ganze für jedes Jahr automatisch ausrechnen lassen. Wenn ich nun das Jahr hier ändere, dann ändern sich auch meine Daten. Das Ganze funktioniert auch ab 1900, jedoch nicht vor 1900. Das ist dann Excel-bedingt. Denn wenn ich hier 1899 eingebe, dann kommt hier was komplett Falsches raus. Kommen wir nun zur Berechnung des Ostersonntags. Und zwar ist es so, dass der Ostersonntag nach der gaussischen Osterformel berechnet wird. Das ist eine etwas kompliziertere Formel. Und ich habe hierfür verschiedene Lösungsansätze in Excel gefunden. Und die beste Formel, die ich so gefunden habe, ist diese hier. Der habe ich auch nicht selbst entwickelt. Aber diese bildet hier schon einen guten Zeitraum ab. Und zwar diesen für die Jahre 1900 bis 2203. Wir sehen, wir benutzen hier die Restfunktion. In der Mathematik nennt man das auch Modulo. Das heißt, es wird der Rest einer Division zurückgegeben. Und wir haben hier zweimal den Verweis auf unser Jahresdatum. Einmal hier vorne und einmal hier hinten. Und damit können wir den Termin für den Ostersonntag für die entsprechenden Jahre berechnen. Wir machen dann weiter mit den Feiertagen, die auf dem Ostersonntag basieren. Das ist dann wiederum einfach. Und zwar kopieren wir uns einmal die Formel für den Ostersonntag. Setzen das Ganze noch in Klammern. Und dann ziehen wir einfach den entsprechenden Tag hier ab. Oder rechnen die entsprechenden Tage darauf. Für den Karfreitag muss ich zwei Tage abziehen. Also am Ende minus zwei. Und schon habe ich den Karfreitag berechnet. Nun kann ich so weitermachen. Und bei dem Ostermontag muss ich einfach nur einen Tag drauf rechnen. Bei Christi Himmelfahrt rechne ich 39 Tage darauf. Und so weiter. Ich habe nun das Ganze auch für die übrigen Tage umgesetzt. Und wir sehen, dass mir hier die Termine wunderbar automatisch berechnet werden. Zu guter Letzt müssen wir noch den Buß- und B-Tag berechnen. Den können wir mit einer eigenen Formel berechnen. Und diese Formel ist nicht so kompliziert wie die für den Ostersonntag. Der Buß- und B-Tag wird wie folgt festgelegt. Er befindet sich immer elf Tage vor dem ersten Adventssonntag. Es ist also immer ein Mittwoch. Und er liegt stets im Zeitraum 16.11. bis 22.11. Und die folgende Formel hat mir der User Tabicat empfohlen. Vielen Dank dafür. Die sieht nämlich wie folgt aus. Wir runden hier unser Datum um ein Vielfaches. Und unser Anker-Datum ist hier der 22.11. Und wir runden dieses Datum, was ja in Excel als Zahl dargestellt wird, um das Vielfache 7. Und ziehen dann nochmal die 3 ab, um so auf unser gewünschtes Datum zu kommen. Ich gehe hier nochmal auf die Formelauswertung. Da können wir nochmal nachvollziehen, wie die Berechnung hier erfolgt. So, wir haben hier das Datum 22.11.2022. Und dieses Datum wird ja in Excel als die Zahl 44.887 dargestellt. Und dieses runden wir nun um das Vielfache 7. Ergibt dann 44.884. Da ziehen wir nochmal die 3 ab. Und kommen so auf unser gewünschtes Datum. Damit ist die Berechnung aller gesetzlichen Feiertage abgeschlossen. Und ich kann nun hergehen, um mein Datum anzupassen. Und erhalte automatisch die korrekten Feiertage hier ausgegeben. Das war es soweit von mir. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Daumen nach oben da. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann einen Daumen nach unten. Abonniere den Kanal, um neue Videos nicht zu verpassen. Ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.